Ich hab mich aber auch nur so krass jetzt vercampt, weil ich so Internetprobleme die ganze Zeit habe. Das ist halt nervig, dass ich dann durch die halbe Map fliege die ganze Zeit. Ja. Deiner Perl ist in Indien, ja. Äh, kriegen wir nur 10 gebratene Cookie? Ah, ne. Hä? Gebratene Cookie? Halt. Äh, was ist denn die in der? Ups. Ich mein nicht schicken. Gebratene Cookies, Digga. Ja, die waren immer noch von mir zum 5 Mal. So, kurz, Digga. Digga, hier ist jetzt noch ein, ich hab jetzt schon, ich hab jetzt schon wieder anderthalb Hungerkeulen verloren. Ich bin ganz normal gelaufen, Digga. Ja, also ich hab, ich nehm mir, ich nehm mir immer ein, ein oder zwei Fleisch raus, bevor wir anfangen, damit ich noch einmal voll bin. Er wollte sich losen, jetzt sind TP, hat er sicher zu sein. Ich bin mal hier hinten in meinem Haus. Oh, bist du? Was willst du von mir? Ich starte einfach auf deinem Grundstück. Nö, muss man nicht. Ey, geh in dein Haus, ist doch klar. Das sind die Regeln, jeder startet auf sein Haus. Ah, jetzt geht's nicht mehr, weil ich bin jetzt schon auf deinem Grundstück. Ja, Nahrung hier, Alter. Ich baue mal weiter an meinem Schloss. Ja, so ein Schloss. An meiner Burg hier, Schlossburg. So, ist das das Gleiche. Das Schloss im Himmel, Digga. Einen Stern. Der deinen Namen trägt. Wo am Himmel steht. Oh, am Himmelszelt heißt das, Junge. Echt? Ehrlich. Ja, Digga, keine Ahnung. Scheiße. Ich hole das mal und möchte doch noch Schokolade essen, Digga. Und auf, mein Lieb. Snickbait hat bei sich zugemacht, stabil. Achso, er schlägt gerade mit Enderperle, okay. Och, Digga. Okay. Jetzt ist dein Gangster. Oh, nicht mehr abgecampt. Ja, Digga, jetzt gehen alle auf mich, Digga. Digga, ist ja nicht so, dass ich schon letzte Runde gar keine Rüstung habe. Also, ich muss sagen. Wala, ich gehe gleich in Game Mode, Digga, wenn ihr gegen mich teamt, Alter. Digga, ich bin gar nicht mehr bei dir. Halt's Maul, Digga. Halt's Maul nicht rum. Ja, du hast gerade rumgeheult, dass Dominic kämpft, Digga. Jetzt geht der mal auf Angriff. Gibt er auch Scheiße, oder was? Dominic steht davor, schlägt mich die ganze Zeit zurück. Marlon schlägt mich, Digga. Digga, ich war, wo Dominic zu dir gegangen ist, bin ich rausgegangen. Als er den Trank geworfen hat, habe ich mich verpisst. Mach Tür zu wieder, Digga. Mach Tür zu, Dominic. Digga. Schraub, mich nicht angreifen. Meine Willi soll laufen raus. Ich gehe wieder kämpfen. Geh kämpfen, Dominic. Dann hat er wieder auch was zum Heulen. Ja, Rüger. Wir haben ja so krass geteamt. Du stehst oben auf meiner Plattform. Dominic steht an der Treppe, schlägt mich so, dass ich nicht rauskomme, Digga. Und wo er mich zurückgeschlagen hat, schlägst du meine Rüstung die ganze Zeit kaputt. Ich will wieder fliehen. Dominic schlägt mich wieder rein, Digga. Und Dominic kam und mich mit einem Schwächetrank abgeworfen hat. Ich habe mich verpisst. Ich habe den nicht einmal geschlagen, als Dominic da war. Natürlich. Nein. Ich habe eigentlich nur den ersten geschlagen, der mir entgegen kam. Immer. Der hat den schwächetrank, den verlangsamen Trank auf mich geworfen. Ja, ich wollte eigentlich auf Weide werfen. Meine Frage kurz im Raume. Ich habe Niklas nicht einmal gesehen und nicht einmal den Nametag gesehen von dir. Ist er überhaupt da oder guckt der Darts, der Wichser? Ist er überhaupt da oder guckt der Wichser Darts? Der war ja gar nicht da oder was? Ne, hör mir auf. Der war die ganze Zeit. Tschüss. Ach Gott, der Bastard. Hey, wo war der? Digga, der hat mich gerade fast getötet, ne? Echt? Ist auf seiner Plattkarte raus. Ich versuch'n aus. Jetzt nicht mehr, glaube ich, oder? Doch. Alter, verdammt war das close. Wie viele Enderpen hast du noch? Sag ich nicht. Aha. Wo seid ihr denn alle? Digga, war ja einer kacken, Alter. Boah, eine Katze von mir war scheißen, Digga. Bei Niklas kommt er rein. Boah. Ja. 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 Digga, das würdest du dir gerne wünschen, dass ich da erlang gehe, ne, du Wichser. Ja, Lu ist auch richtige Camper-Sau geworden, ne? Das ist richtig krass, wie der Widersehens-Negative verändert hat. Ja, Digga, du rindst doch von mir weg. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken, Digga. Ne, wir teamen ja, Dominic. Ich darf die eigentlich nicht angreifen. Wallahi, das hat sich aus meiner Sicht gerade so angefühlt. Wallahi, aber war es halt einfach nicht. Alter. Du fackst mich so ab. Kannst du dich irgendwo, kannst du dich mal irgendwie dumm oder so angreifen? Marlon, Alter. Digga, was war das für ein heftiger Pfeil, Alter. Oh, die Shit. Er fickt mich noch komplett. Oh, ist okay. Digga, und ihr beschwert euch, dass ich mich raushalte, ja? Kämpft ihr immer. Du Wichser. Alter, ist man langsam. Ich hab gerade nur Schnelligkeit von hier abbekommen. Nee, du Wichser. Ja, Digga. Scheiß drauf. Ich bin bei mir in der Base. Ja, ich bin auch bei mir in der Base. Wolle ich sagen. Sieh bestimmt zum Turm hier oben hingepackt. Nein, Digga, hä? Wolle ich doch nie sein. Ich wollte auch mal auf meine weiße Himmelsfestung gehen. Naja, bist du wirklich da oben? Sehr, Digga. Ja, man braucht dafür zwei Minuten. Der war gerade noch hier unten. Jetzt bin ich oben. Genau jetzt bin ich angekommen. Jo, der ist wirklich da ganz oben. Was geht ab, Jungs? Kisskiss. Der sieht aus wie eine Witch, Alter. Da brauchst du gar nicht draufgehen. Mach doch, du Wichser, Digga. Was denn? Geh mal, geh mal nicht auf den Sack, ja? Alter, jetzt drauf, Digga. Auf den weißen Pimmel. Hast du mich jetzt selber abgeschossen? Oh mein Gott, Alter! Was passiert? Alter! Ich hab mich selber abgeschossen und bin komplett nach hinten geflogen, aber nicht zum Wasser hin, Alter. Verdammte Kacke, man. Ach, Digga, wirklich, ne, das kann nicht sein. Danke dir doch mal. Alter, warum ist denn hier der Zorn? Louis will ich wieder nach unten tippet? Was für nach unten tippet, Digga? Ich bin doch runtergefallen. Nein, mit der Enderperle, du Hund. Digga, du bist so am lecken. Alter! Oh, shit. Der Server leckt. Marlon leckt gerade und Louis. Ne, ich auch, ich auch. Hört ihr mich wenigstens noch? Ja. Wenn ihr mich noch klar hört, dann ist das der Server wieder der. Leckt. Ne, Digga. Ist ihr mich klar? Ja. Aber du hast 5-5-2-5-2-5-2. In Ekan fällt wieder der Internet aus. Hm. Ey, das ist dann der Server, Digga. Ja, Digga, also. Normalerweise können wir das Event vergessen, Digga, wenn der Server so leckt, ne? Marlon ist ja drauf. Oh, Digga ist auch 647er. Ja, dann ist das der Server. Ja. Jungs, ich bin so, echt, Alter, ich bin so durch die Plattform gefallen als erstes bei mir. Lol. Ja, der Server leckt. Soll ich den mal, ich reset das, der hat den mal eben. Alter, alle Nuller ping. Boah, stabil, endlich geht's mal hier los, ihr. Okay, weiter geht's, ne? Okay. Aber erstmal, Dings, den Camper hier vermöbeln, hier rum. Du, Digga. Wo ist denn der kleine Camper, wo ist die Camper-Sau, hä? Wo ist denn die kleine Camper-Sau? Ah! Ah, der war echt. Manu, wovor kämpfst du dich, du Camper? Ah! Äh, weiß ich nicht. Ja, Digga. Scheiß Camper. Digga! Du bleibst hier. Warum sind hier zwei Kühe draußen, Digga? Es geht schon wieder los. Ja, Digga, Dommel, E-C-Tja. Digga, der ist mal riesig aggressiv, ne? Ja, Digga. Der ist fast tot, der ist fast tot, der Junge. Ich schwöre, ich fick deine ganze Familie durch und so. Fick ihn! Fick ihn! Digga, ja, ja, komm. Ja, geht alle auf mich, bitte. Geht bitte alle auf mich. Ist da gerade, was soll ich machen? Ja, ja. Kuss, Digga. Du bist fast gestorben. Ich habe ihn so zum Tode kaputt gebrochen. Der hat alles genommen, schon Heiltrank und Goldapfel. Ja, und ihr rennt alle hinten auf mich drauf, Digga. Danke. Kuss. Warum lässt ihr ihn in Ruhe? Hallo? Weil keine Hunde sind. Und vorher noch weiter rumholt. Wuff. Die kleine Sau. Wuff. Ich finde ein Hund. Wuff, wuff. Wo ist denn nichts, BetaD? Ihr werdet mich heute nicht mehr sehen. Dann macht den Dominik. Fühle ich, fühle ich, fühle ich aber, persönlich. Ja, der hat alles, der musste gerade alles usen, der Typ. Seine anein amunakoyarum, orrospuchuchu, seine Pitch. Wo ist denn der Kleiner? Ah. Wo ist denn der Kleiner? Ah. Alter, Marlon. Alter, Luis. Das bringt nichts, Digga. Du hast hier immer Low Ground. Ja, guck's dir an. Egal, wer hochkommt, Digga. Du schaffst es nicht. Wenn du es schaffst, egal. Aber Wallah, du hast die größten Eier. Guck's dir an. Ja, jetzt guck mal. Jetzt haben wir... Zeck. Wallah. Alter, du Monster. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Naja, Digga, weil ich im High Ground war. Ach, Mann. Weil du im Low, oder? Lack, ich hab die größten Eier. Wo ist denn Nick bei Tadell, Digga? Ihr werdet mich auch nicht mehr sehen, Digga. Er hat sich vielleicht in meinen Keller verbunken, muss mal gucken. Alter. Hier ist zu. Marlon verlässt du... Marlon verlässt du sogar den Kampf dafür. Irgendwo. Das ist Teaming. Ey, ich versuch schon die ganze Zeit zu unterbinden. Digga, schlag doch nicht mit dem Scheiß-Steak, du Schwanzficker, Digga. Dominik, ne? Ich hab Niklas gefunden. Naja, Lu hilft. Nö, ich... Ich hab Niklas gefunden. Lack, du hast... Wie viele Herzen, sag ehrlich mal. Siehst du jetzt eh durch? Glaub ich dir nicht. Ah, na toll. Dominik ist schneller als die Polizei läuft. Ja, ich denk mal eine Rüstung, jetzt gleich wieder mal. Aros. Digga, du Wichser. Oh mein Gott, dieses Teaming. Äh. Oh, ein Pfeil. Geschmäckt. Oh mein Gott, die teamen beide, die Wichser. Diese ehrenlosen... Junge, wie ehrenlos. Ja, Junge, ich wurde auch untergeschlankt, aber jetzt berück dich mal. Musst du auch perlen? Perlen. Halt's mal, Maul. Digga. So easy, ne? So easy, Digga. So low. Ah, scheiß drauf, Digga. Ich hab den in der Perle geused. Hm. Ah, Digga. Hm. Lack, du hast geredet wie ein Löwe. Nee, nächstes, äh, nächstes, gleich mach ich einmal Haltbarkeit 3 auf die Rüstung drauf, Digga. Ja, oh, das wär krass. Sonst, äh, geht die Rüstung so schnell kaputt. Oh, oh. Du Wichser, bist du dumm? Oh mein Gott, ist der dämlich, Alter. Oh. Endlich. Dass seine Sachen sind irgendwo. Nee, die sind alle runtergefallen. Nee, der hat welche aufgesammelt, der Luis. Der ist denn jetzt noch runtergesprungen? Ist Luis runtergesprungen? Ich hab ne Brust aufgesammelt und ein Rückstoßstab. Sonst hab ich nix aufgesammelt. Ich hab ne Schuhe, ich hab Schuhe. Ach, ich hab Hose. Das ist nicht neu. Zum Glück ist Niklas tot. Willst du des Spektater, Niklas? Ich glaub, er ist in den Darts gerade dran. Der ist so gebrochene Tüme. Niklas. Ich glaub, der ist so sauer. Der ist sauer. Weil ich ihn so gefokust habe im Nachhinein. Ich hab's nicht mitgekriegt, wie er gestorben ist. Hab ich den runtergeschlagen oder hat irgendjemand anderes... Nee, nee, ich hab ihn diesmal nicht getötet. Ich hab ihn gefickt getötet eigentlich, weil ich ihn so gefokust habe, ne? Weil er in so einer Position war, wo ich ihn kaputt schlagen konnte. Ich wusste ja, dass er schon Gold, Apfel und, äh, wenn er den Silent Potion benutzt hat. Mach mal das Tor offen, Luis. Warum sollte ich? Hä, wie kam denn da rein, ohne Enderperle? Oh, hat der Enderperle geused. Ne, er ist auf dem Baum irgendwie. Habe ich gedacht, der sich geportet. Ja, nicht, Dinger. Oh, lol. Moin. Digga, lass mich doch mal hier durch, Mensch. Was ist dein Problem? Ich pack hier überhaupt nicht fest, Digga. Digga, die sind mit Enderperlen geschlagen. War gar kein Spaß. Oha. Dieser Huren. Dieser Bastard. Luis, hast du kurz Zeit, um mich im Spectator-Monus zu packen? Ja, wenn Dominik mich jetzt nicht angreift, dann ja. Oh mein Gott, der wäre so in der Position, ihn runter zu kicken. Hey, weiter. Na, ich hab hier vergessen. Oh, kurz. Oros. Oha. Ja, mein Helm hält nur noch drei Schläge aus, dann war's das für ihn. Luis. Oha. Ach, Marlon. Hm? Marlon. Clemens gegen, äh, Smith. 2-2. Echt? Oha. Hm. Der geht so ab, der Typ. Das ist aber jetzt Halbfinale, ne? Das ist Halbfinale, ja. Ja. Nein, das ist Viertelfinale. Viertelfinale? Ich hab Halbfinale gelesen. Nee, Viertelfinale. Halbfinale, Verzeihung. Halbfinale schon, Digga. Ich hab meine auch Halbfinale. Ja, Dominik hält sich wieder schön raus. Digga, ich hab, ich hab... Die kleine Schlampe. Ich hab am Wüth... Die kleine, die kleine Schlampe, Digga. Die kleine Schlampe. Du bist nur so, weil ich dich gefokust hab, du Bastard. Nö. Ja, Digga, ich hab die wenigsten Rüstungsteile gerade, Digga. Was soll ich machen? Ich war die ganze Zeit schon am Falten. Ich hab mich nicht einmal vercampt gerade. Hier in der Runde. Sofern tatsächlich Dominik sagen. Wer? Junge, welcher Wichser hat bei mir einen Schneemann gespawnt? Oha, 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 oha. Er ist gerade ab wie Flüsszöpfchen. Ah, fuck. Dominik steht doch hinter mir. Ich kenne den doch, Junge. Steht der auch da? Ja. Ja. Oha. Ah. Töte er einfach nicht. Ja, weg mit dir. Weg mit dir. Bitte stirb. Bitte stirb. Bitte ist tot. Nein, der ist nicht tot. Einer ist nicht tot von dem. Globach, glaube ich. Hast du überlebt? Digga, wo und wie. Digga, das macht doch keinen Sinn. Alter. Der war gerade hier irgendwo. Ja, ich hab ihn runtergeschlagen, aber von wo hat er sich gepurlt? Der hatte noch anderthalb Herzen. Wallahi sogar. Ich schwöre sogar, zwei Herzen nur noch. Alter. Moin, moin, moin. Oha, dieser Wichser. Alter. Ich kann das auch regeln, Dominik. Oha. Tschüss. Nein, nein. Ist er gebackt? Ich bin da, ich bin noch da. Ich bin noch da. Ja, Digga, dieser bug wieder. Ja, ich war fünfmal auf dieser Plattform, Digga, und bin ich wieder durch den Bogen gebackt. Ja, macht das Spaß, Digga. Richtig viel Spaß, Digga. Soll ich dich nicht per Ketter machen, Marlo? Nein, Digga, ich mach mir jetzt eine Pizza, Digga. Ich hab das so schlau gemacht, ich hab ihn einfach mit einem Fall um den Bogen abgeschossen. Ja, in den Wasserloch da, ne? Ja, ja. Ich bin einfach kurz reingesprungen und hab ihn dann runtergeschossen. Oha. Leuch. Wir können das auch anders regeln. Komm runter und wir regeln das anders, mein Schnucki. Ah, Digga, er geht auch runter. Feier ich nicht so. Willst du das auch anders regeln? Ja, scheiß doch, Digga. Oha, bitte. Oha. Huh. Flick. Flick, du Schlampe. Ah, ich hab den Stock nicht ausgerüstet, Digga. Sehr gut. Digga, was? Ah, das ist nicht so nett. Digga, von wo hast du zwei, du Bastard? Ja, 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 ja. Ah, ich hab ihn. Ja. ARD Text im Auftrag von Funk